Solche Deppen Wieso muss ich jetzt zu dem rauf? Das Therapiegespräch glaube ich Arschloch Wie alles begann 3 der Besucher Hä? Achso Schmeck mein Furz bitch Ja kotz dich aus alter Dinner is served. You guys are dinner Now you're gonna get it Arschloch kommen die Flankämpfer Wahrscheinlich versuchen sie mich jetzt an alle zu vermöbeln Die Flankämpfer Oh yeah den Hormel ist weg PC principal action Bam Hehehehe Jetzt kommt er schon mit deiner Binis Power Ach du überlebst den Zug eh nicht Öh ii So dann ist es meine wieder dran Das ist meine erste Die Flankämpfer Ich bin der nächste Ziel Captain Diabedys Ich bin der nächste Ziel Biss Seh gut Gefloschen Hä? Hä? War der nicht gerade golden? Egon, auf zum Kuchen. Hey, neue Kind, woher? R-R-Reiches! Catch you later! Und scramble schnell! Ah! Buttlord, bitte, hallo! Sorry, Leute, kann ich einen Moment mit Buttlord, bitte? Sure thing. Come on, Fastpass! Right behind you, Mosquito! Warum kann er das? Ach ja, mal schauen, wie meine Geschichte weitergeht. Herr, ich wollte nur wissen, dass wir entschieden haben, dass Sie Ihre eigene Netflix-Serie haben, gleich nach der Fastpass-Fox-Miniseries und der 3. Kuhn & Friends United-Movie. Glückwunsch! Okay, gut, komm raus und schau deine Gäste. Ich wollte nur die spannenden Nachrichten erzählen. What do you want, new kid? I already let you dual class. There's nothing left to talk about. Oh, no. No, 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 no. You are not going to have three classes. New kid, new kid, do not give me those sad puppy eyes. Nobody gets to be three classes. You think that just because you had to live through your dad fucking your mom, you should get all the sick of me in the world, don't you? I'm sorry. I didn't mean to bring that up. Alright, alright, fine. If you were going to add another class, what would it be? Oh, geil. Assassin. Gadgeteer. Gadgetmeister. Gadgeteer. Gadgeteer. Elementalist. Psychic. Elementalist. Brutalist. Speedster. Assassin. Gadgeteer. Fightin' crime with no real superpowers. So yeah, what an amazing moment for you. You must be excited. Elementalist. Elementalist. So if it rain on me, it's your fault. Was hat er gesagt? Psychic. Don't try to read my mind, but ho. Was kann der jetzt dann eigentlich? Okay. A sense of urgency is also an important trait for superheroes. Das sind Verdränglichkeit. Not sure if you're cool in us, but whatever. Oh, das ist geil. In drei Richtungen. Ein Angriff nach vorne. Und Bombe werfen. Ja, aber da wird dann eher der Gadget vorziehen. Gadgetmeister. Was ist das? A trappe. Das ist ein Schutzaufstellen. Most Gadgeteer have a Playboy Alter Ego, but not you of course. Ah, nehm ich jetzt den, Assassin. Ja, aber ist eher auf Stärke, ne? Ich sollte eher auf Fernkampf gehen. Psychic. Psychic, wie Professor X. Why don't you pick something and I can tell you more about it. We can move on with our lives. Elementalist. So if it rains on me, it's your fault. Hm, ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin jetzt einfach ein Assassinen-Assassin. We have to change your back story. It is pretty dumb. Let's go back in time again. Back to when you were just a child. You couldn't sleep that night, but it was because you saw strange lights in the sky. You walked to the mirror. And in the mirror, you saw a kid who maybe wasn't from this world. And that's when you heard it. Strange alien sounds from the hallway. You walked out and saw two intruders and an alien in your house. You had to stop them, so you called upon your new powers. As an Assassin-Hero, you sharpened your blades and prepared to do what you do best. Kill. Wasting no time. You drew first blood with a quick cut attack on the nearest foe. Oh, this is geil. Bloodied your target called for his companions to aid him. Hey, that kid has a knife. Seriously? Hey, that kid has a knife. The intruders swung the crowbar wildly at your face. We needed to get out of the fray and back into the shadows. Okay. Okay. Ach, da... Oh, da bin ich unsichtbar. Ah. Hey, where'd that little shit go? Bewildered. The villain search for any trace of your whereabouts. What that said? It's scooby. I've got a mad feeling about this. You stealthily crept into a position to execute your next move. Ooh. Your spin slash sent a fury of fishing knives in all directions. Oh, jetzt bin ich gespannt. Und. Okay. 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 See what hit him as he slinked back into the shadows. That kid's like some kind of super assassin. Was jetzt mit dem Alien? The alien took you by the hand and led you into a dark room. And then you saw that your dad just fucked your mom. Whoa. That is pretty tragic, New Kid. I'm sorry. Oh, scheiße, man. Were the aliens helping you by showing you who fucked your mom or were they trying to make you full of rage? You might never know. Alright, get back out there, Bloodlord. You still have a lot of things to do. Oh, fuck, man. Kann ich jetzt das craften? Eigentlich das Kostüm? Nee, kann ich nicht scheiße? Weil ich muss die Kräfte jetzt halt umstellen. Das brauche ich jetzt ja meistens nicht. Das ist ein einzelner Vorangriff. Und das ist ein... Nur den da. Faraday and Crafter. Der Sibium geht mir in die Sicherung und die Gegner an ihm aneinander einlegt, den Schlag zu verpassen. Der Schaden zurückschössung und den Schock verursacht. Okay. Ich muss mal so in den Superhormeln, was das denn? Ich muss mal so in den Superhormeln, was das denn? Ich muss mal so in den Superhormeln kommen, was das denn? Ich muss mal so in den Superhormeln kommen, was das denn? Also, was das denn? Ich muss mal so in den Superhormeln kommen. So. So. 235 Ja wir sehen uns eh gleich wieder Feuchtbar mit Saharei So schauen wir mal was gibt es beim Spiel bloß Jo jo Vroom 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 Feuchtbar mit uns Ja eins sagte was sehr Close Ja aber warum würde Feuchtbar mit uns zu sprechen Entweder... ist es sich'n Grunde Toilshed Zutab Hallo Toilshed Lange Zeit nicht zu sehen Toilshed ist ein gadgeteer-Class-Visionärer archetype Wunderschönig zu mir Ich verstehe die neue Kindheit Lacheeb habe die Kontakt für meine Mutter Hahaha 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 you call us leaders when the only way you can get a lead is to steal it? where is dr timothy's phone? sorry freedom pussy, that info is classified heh 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 you guys need to stop investigating the chamber of commerce and leave it to the professional superheros oh yea you guys are the professional superheros it just so happens Mysterion that we already have a connection with netflix no you dont yes we do we're just about to get the human kite netflix series off the ground so no timmy no no stop it Stopp, 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 stopp it, Timmy! He's trying to rape my mind! They don't have a connection at Netflix. Freedom Pals just raped my mind, you guys! Let's get these pedophiles! Coon and friends assemble! Freedom Pals unite! Civil War 2 is going down! You're outmatched! Give up before you embarrass yourselves! Euaaaaah... Lass mal die ja schneller kommen! Das geht gar nicht so weit, oder was? Das geht gar nicht so weit, oder was? Na! Ne! Ne, 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 ne! Nein. Achso. Gut gesagt. Tue shit. Krieg's gleich aufs Maul, man. Was ist jetzt los? Alter! Ich muss ja auf die Kindergartenkinder weghauen. Jetzt ist es mein Turn. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Well, take that dirt off your hands, thanks. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Du bist ja schon raus. Oh, der ist echt stark. Fuck, die Kindergartenkinder und den weghauen ist echt schwer. Was, jetzt geh ich mit dem dann anauf? Scheiße. Obwohl, ich könnte es auch. Yeah, alle bluten. Ultimative Kraftbereit. Oh, fuck. Scheiße. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. It's over. Nein. Thanks for noticing, Supercrag. Prepare to meet your end. Jetzt ist Devin nicht so wieder da. Oh fuck. Moskido. Es erwischt bloß die zwei. Scheiße. Hammer. Jetzt wenn ich mit dem normal angreif. Das erwischt aber auch bloß die zwei. Mal schauen was die machen. Hä, redet er jetzt noch? Ja. Der muss weg. Weil der Timmy mit seinen Kindergartenkindern nervt. Oh du Mistkerl. Scheiße. Ah ne der geht bloß durch zwei. Jetzt kommt der Timmy. Oh nein nicht wieder Kindergartenkindern. Nein. Fuuuck. Jetzt kriege ich noch. Shit, 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 shit. Jetzt ist Tupperdose dran. Fuck. 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 Okay der hat noch einen Mund gekaut. Und vielleicht ein paar Lefters. Ähm. Nein. Das muss ich wohl machen. Dann schaff ich das nicht. Yeah. Totale Verstärkung. Nein, 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 ich will denn da hinter mir... Dann würde ich mich aber wieder sichtbar machen. Machen wir jetzt das auch noch. Das brauchen wir, sonst schaffen wir es nicht. Entschuldige, ich muss kurz was trinken. Let all death be forgiven and all slaves free. Moses. Oh fuck der sieht mich. Warte mal, warte mal. Jetzt gehts rund, jetzt gehts rund. Ich hab den Timmy erledigt. Jetzt ist die Ulti gleich bereit. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt ist er schon Mysterion dran, der nervt. Hei, Tupperware. Der einzige der noch da ist. Ja, und jetzt geht er schon mal die Ulti los. Jetzt sind die Kindergartenkinder auch weg. Das ist dumm. Du kannst, Mann. Jetzt bist du dran. Jetzt ist Tupper wieder dran, oh der kann aber jetzt voll... Scheiße, dafür gehts jetzt. Yes. Oh, der Formel-E-Freedom-Polist. Yes. Ja, richtig! Sie sind DC Comics, wir Marvel! Fuckin' Asshole, Sie haben Zack Snyder, Sie haben Ihre F***ing movies. Haha, Sie haben Zack Snyder. Das war ein guter PC-Police-werk, kid. Das ist ein guter Geist. Das ist ein guter Geist. Das ist ein guter Geist. Das ist ein 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 Geist.